Tag Kinders und willkommen zum ersten Teil einer kleinen neuen Webserie, nennen wir es einfach mal auch ein Let's Play oder was auch immer, denn so wirklich ein klassisches Let's Play ist es nicht. In diesem ersten Video will ich euch erstmal nur erklären, worum es in diesem Ganzen geht und was ich mir dabei gedacht habe und wie ich vor allem auf die Idee gekommen bin, denn die fand ich echt geil. Wie ich auf die Idee gekommen bin, ich denke mal damit kann man ganz gut anfangen, ich habe vor etwa zwei Wochen auf YouTube einen Livestream gesehen von YouTube Great Britain. Dort gab es eine Benefizveranstaltung, bei der YouTuber in zwei Teams natürlich gegeneinander Fußball gespielt haben und zwar richtigen Fußball auf dem Rasen. Und ich fand die Idee ganz geil, aber da ich leider davon ausgehe, dass es so etwas in Deutschland wahrscheinlich nie geben wird, habe ich mir gedacht, machst du was anderes, weil dieser Grundgedanke, den fand ich irgendwie cool. Und da habe ich mir gedacht, ich besorge mir Pro Evolution circa 2016, denn dort kann man so viel wie auch nur man sich denken kann editieren und ich habe mir, ihr seht es, die YouTube Allstars gebastelt und wir spielen eine Web-Video-Liga. 16 Teams sind dabei, die ich natürlich handverlesen habe und ich habe für die YouTube Allstars natürlich keine Kosten gescheuert, ich habe die teuersten YouTuber Deutschlands eingekauft und die zeige ich euch jetzt einmal. Das hier sind übrigens die Teams, fangen wir mal an. Aus Spanien der FC Barcelona und Real Madrid, aus Deutschland Bayern München Borussia Dortmund, aus Italien Internationale Milano und Juve, aus England Chelsea und Man City, aus Paris, äh Quatsch aus Paris, aus La France Paris Saint-Germain und Olympique Lyon, aus der holländischen Eredivis Ajax Amsterdam und PSV Eindhoven. Aus Russland haben wir den ZSKA Moskau und Zenit St. Petersburg, dann als ein Bonus-Team, damit wir auch auf 16 kommen, haben wir die European Classics und hier die YouTube Allstars und hier zeige ich euch jetzt die Kaderliste. Und ihr seht ihn schon, mit grauem Haar und grauem Starr wird er da hinten die Kiste sauber halten. Fabian Sigisigismund steht bei uns im Tor. Dann haben wir natürlich Seine Majestät Gronk als Kapitän und Abwehrchef da hinten. Und damit wir da hinten auch mal ein bisschen was haben, wo auch einer mal zuhauen kann, haben wir hier den Commander Krieger, damit wir auch ein bisschen Kraft da hinten drin haben. Außerdem auf der rechten Außenverteidigerposition Kevinio, ich nenne ihn gern den Kugelblitz. Nicht wundern, bei den Gesichtern und so weiter habe ich mir nicht sehr viel Mühe gegeben. Ich habe da einfach nur geguckt, wenn die einen Bart hatten und die Frisur so ungefähr hinzukriegen. Also wundert euch nicht, dass das ein bisschen komisch aussieht. Dann haben wir als linken Verteidiger den Malte. Da habe ich versucht zumindest das Kinn halbwegs hinzukriegen. Und im Mittelfeld haben wir hier den Sergeant Rumpel. Da bin dann ich. Der sieht ganz besonders bescheuert aus, ich weiß. Dann haben wir hier den Walle, Sarraza. Julian Bam als offensiven Mittelfeldspieler. Alexi Beksi, hängende Spitze, Sir Totti himself. Leicht braun gebrannt sehe ich gerade. Da hätte ich vielleicht bei der Hautfarbe noch mal ein bisschen nachsteuern sollen. Ersatztorhüter, der gute David Hain. Clemens Alive. Ich fand das Gesicht so krass. Dieses markante Kinn irgendwie. Ich weiß auch nicht. Sorry Clemens, wenn du das siehst. Das ist nicht böse gemeint. Clemens Alive haben wir auch noch mal für den linken Verteidiger. Piet von den PietSmietz. Der passt irgendwie überhaupt nicht von der Optik her. Aber ist egal. Darum geht es gar nicht. Ich Piet auf der rechten Außenverteidigerposition. Im defensiven Mittelfeld haben wir den Robert von DVD Kritik TV. Den Robert Hofmann. Da ist der Jogi. Der Kult-Jogi. Man nennt ihn auch den Popelfritzen. Deswegen wundert euch nicht, dass auf seinem Trikot hinten Popelfritze draufsteht. Das ist ein Insider. Wenn ihr wissen wollt, wie das zustande gekommen ist, einfach mal schreiben. Da haben wir ihn, Dr. Allwissend, den guten Max LP, netter Kollege von mir, Rick von den Space Frogs. Ich habe ihn hier Rick Frog genannt, damit man in etwa weiß, wer das sein könnte. Ich fand, die Frisur passt irgendwie sehr gut, finde ich. Da haben wir den Frodo. Dann haben wir noch den Le Fluid. Den guten Simon. Sturmwaffel. Natürlich, wie es der Name sagt, im Sturm. Dann haben wir hier noch Steve als rechten Außenstürmer. Dann haben wir hier den guten Rezo. Der hat ja vor allen Dingen in den letzten Wochen richtig durchgestartet auf YouTube. Fantastischer Musik-YouTuber. Kann ich euch echt wirklich nur ans Herz legen. Und er hat tatsächlich so blaue Haare. Deswegen sind die hier auch so. Dann haben wir hier noch den Mabinuelson. Ich habe natürlich, wie gesagt, bei den Gesichtern da nur eingeschränkte Möglichkeiten gehabt. Mr. Trashpack. Der gute Phil. Und als letztes den Rob Bubble als dritten Torwart. Das ist erstmal der Kader für dieses Format. Da ich hier auch dauerhafte Ermüdungen eingestellt habe. Das heißt, die werden irgendwann auch müde. Wird definitiv jeder mindestens einmal zum Einsatz kommen in dieser Saison. Wir haben 30 Spiele vor uns. Und ich denke mal, dass wir da auch jeden mal zum Einsatz kriegen. Ich freue mich richtig drauf. Ich habe da richtig Bock auf so einen Quatsch einfach. Im Grunde ist das Quatsch. Ich habe bei den anderen Teams nicht auf die Lizenzen geguckt. Ich habe nicht geguckt, ob das die aktuellen Kader sind. Das ist auch absolut nicht wichtig. Ich möchte hier mit den YouTube Allstars sowieso Meister werden. Schwierigkeitsgrad ist Profi. Da die Spieler, die ich gewählt habe, relativ stark sind und vor allen Dingen relativ schnell sind. Habe ich den Schwierigkeitsgrad extra ein bisschen angehoben. Damit das nicht zu einfach wird. Und wir hier nicht jedes Ding mit 3 oder 4 zu 0 gewinnen. Ich will da schon eine kleine Herausforderung haben. Und wir werden definitiv auch nicht alles gewinnen. Aber hier war es das jetzt erst mal mit diesem kleinen Infovideo. Ihr seht natürlich das erste Spiel direkt im nächsten Video. Beide Videos gehen unmittelbar hintereinander raus. Also braucht ihr jetzt nicht erst noch einen Tag warten, bis das erste Spiel kommt gegen die European Classics. Da haben wir natürlich direkt den stärksten Gegner neben dem FC Barcelona und Real Madrid. Direkt den ersten stärksten Gegner vor der Brust. Aber ist egal. Das kriegen wir hin. Ich sage jetzt hier erstmal danke fürs Reinschauen. Ich hoffe, ihr beteiligt euch schön an diesem Ganzen mit Kommentaren, mit Teilen und Liken und was nicht so alles dazugehört. Bis zum ersten Spiel. Ich verabscheue mich. Bis zum ersten Spiel.